Bis jetzt nicht. Gut. Four Demons of Ancient Times. Also vier Dämonen der antiken Zeit. Es ist doch noch ein Vierter hier. Hi. Dann hilfst du mal ein bisschen mit. Komm her. Hat mich doch noch erwischt. Okay. Also. Vier Dämonen aus antiker Zeit. Immortalize in Floating Stone. Also unsterblich gemacht im fliegenden Stein. Sie brachten Unheil über viele Länder. Ihre Augen brannten in brillantem Orange. Ihre Haut schien krankhaft rot. Ihre Feuer brannten weiß mit Fury. Also Wildheit. Und sie ließen das Land schwarz in ihrem Weg. Ihr Ihr Verlangen zu erobern und nach Reichtümern wurde nur von ihrem Verlangen über wertvolle Gamestones übertroffen. Ja gut. Sind das die richtigen Gamestones? Nö. Nein. Die wollen es auch nicht sein. Hm. Ich hätte hier noch den Ember. Hm. 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 So, das ist jetzt die gute Frage. Was für Games brauche ich hier? Hm. Orange und Red. Ups. Oder brauche ich noch Weiß? Ich habe hier aber sonst keine Nischen mehr. Das wären dann noch White and Black, aber... Muss ich alles hier reinlegen. Nö. Es gibt nur die vier Nischen. An denen hier kann ich nichts machen. Und ja, das kann ich jetzt wieder wegnehmen. Weil White and Black habe ich hier. Oder müssen Orange und Rot hier rein und Schwarz und Weiß hier rein? Oder genau andersrum. Die sprechen nur mit Flammen. Die Angel Fire Lords... ...haben ein großes Übel festgehalten. Ähm... So vielleicht? Nein, so auch nicht. So auch nicht. Hm? Okay. So... Nice. So... 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 Ihr helft mir nicht, ihr sagt nur, burn them forever. Das würde für mich heißen, ich muss hier so einen reinlegen und hier so einen reinlegen. Das macht jedoch nichts. Wenn ich hier jetzt noch die beiden mit reinlege und hier drüben die beiden. Skin shown is sickly wet. Was ist mit der Kombination weiß-orange? Weil das Brennen tut weiß und orange. Also versuche ich mal, das so reinzupacken. Und die so reinzupacken. Das prägt auch absolut nichts. Okay, gut. Der hier rein, der da rein. Die beiden zu dir. Tja, viele Wege bleiben ja nicht mehr zurück. So, das heißt, ich muss hier durch. Und ja, ich muss dann wieder nach dem Rätsel gucken. So, kommen wir zu das Nächste. Einmal nach Idrassi, bitte. Hier hin muss ich. Ja, das ist jetzt zugegangen. Mach das wieder auf. Das war nämlich nur das Secret hier. Ja. Soweit ich weiß. Ja. Ja. So, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen orientieren und mal Quicksave machen, damit ich will mir die aus Versehen irgendwelche Steine überräumen. Da habe ich was übersehen gehabt. Hm. Da wäre der Weg zurück, den will ich aber gerade nicht. Gifttrick will die Audio bedingt. Hm. Hm. Da bin ich. Da bin ich. Ja, hier. Hier müsste ich irgendwie eine Teleporter aktivieren können. Das bitte ohne Zabatschka zu werden. Ja. Tung? Mhm. Hm? Oh, ich habe gerade was aktiviert. So, erst mal das. Das öffnet und schließt nur Türen. Das öffnet und schließt nur Türen.